So, zum Clean-Out dieser Maschine. Das untere Teil sind Mining-Moos und oben diese Sachen, die man so wirbeln gesehen hat, ist sowas ähnliches wie eine Nugget-Pumpe, würde ich sagen. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Jetzt haben wir die zwei, die da sind, die da sind. Die sind schon wieder, so wie das. Oh ja. Und jetzt, du deinen Scheuern und den Scheuern. Und das ist wirklich gut. Ich werde es mit dem Blumen abziehen. Da ist die kleine Blumen. Ich werde es über den Blumen abziehen. Ich werde es über den Blumen abziehen. Bis zum nächsten Mal. Die Maschine wird verwendet für eine Art Zwischencleaning, also um es auf dem Kilo oder so runterzubringen. Das ist eine Mischung zwischen Trommel und Spiral-Wheel. Es ist ziemlich komisch, das zu filmen. Runden runter geht einfach nur eine Stahlrinne mit drei Mulden. Und von innen drin ist es dann eine Trommel. Das ist eine interessante Idee. Wirklich. Gefällt mir. Das ist wo ich bin. Das ist eine Referte. Spiral. Spiral. The lights below, the gold and the black thing come back and come up in the pan. Can you see how it has a coil? It has a reverse coil. The gold goes this way, and everything else goes that way. Like the spiral wheel. This is what we vacuum. This is what you vacuum today. This is what we vacuum этой medida we clean your work. It is absolutely essential. This is what we vacuum calculate. This is what we Bierkow had. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.